Ja, hi und herzlich willkommen zurück. Während wir gestern gemeinsam diese vier Kopfhörer hier testgehört haben mit unseren HOFA Audio Engineers inklusive mir, möchten wir heute mal schauen, ob das, was wir individuell so ein bisschen als Höreindruck hatten, sich im Bereich des Frequenzgangs auch messen lässt. Für die Messung steht uns sowohl der Kunstkopf von Neumann zur Verfügung, als dann auch eben der IQ Analyzer von HOFA. Wir legen los mit dem HD 650 und schauen uns das Ganze mal an. Gemessen wird mit einem Sweep. Man kann jetzt schon relativ gut erkennen, dass der Frequenzgang bis etwa 5 kHz relativ ordentlich, ich will jetzt nicht sagen linear, aber sauber aufgezeichnet wird. Dann kommt es zu ein paar ungewöhnlichen Schwankungen. Da muss man einfach anmerken, dass so eine Aufzeichnung, so eine Messung etwa bis 5 kHz relativ sauber durchführbar ist, während es danach zu technischen Limitierungen kommt. Das bedeutet, das werden wir vermutlich auch bei den anderen Kopfhörern feststellen können. Trotzdem ist es natürlich möglich, am Ende in Form einer Vergleichbarkeit gegebenenfalls am Aussagen zu treffen. Ich speichere jetzt mal diese Messungen ab. So, als nächstes möchten wir uns mal den SP5 von Adam Audio anschauen und ich werde die Frequenzkurve des HD 650 als Vergleichmal aktiv lassen. Ja, sehr spannend. Man erkennt, dass beispielsweise der Tiefbassbereich, aber auch die oberen Bässe durchaus eine ganze Ecke leiser sind, während im Bereich der Mitten der SP5 dann langsam ein bisschen anzieht und vor allem bis in die oberen Frequenzen dann eigentlich durchgehend lauter als der HD 650 ist. Und das ist ja auch so ein bisschen oder entspricht dem, was die verschiedenen Engineers auch gehört haben. Und würde ich sagen, anhand der Messungen kann man da durchaus eine Aussage treffen, dass das, was wir gehört haben, sich auch visuell so abzeichnet. Weiter geht's mit dem dritten Kopfhörer, mit dem LCD-2 Classic von Odyssey, inklusive den Dekony Velour Earpads und ich bin gespannt, wie der sich in der Messung schlägt. Ich erstelle mal kurz ein Snapshot und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, die Frequenzkurve einmal zu verschieben und diese ein bisschen anzupassen an den 650. Und da zeigt sich auch schon, dass der 650 im Bereich der oberen Bässe zwischen etwa 100 und 200 Hertz ein bisschen mehr Energie aufweist, aber der LCD-2 dafür in den Frequenzbereichen unter 100 Hertz und damit so ein bisschen auch letztendlich dazu führt, dass ja verschiedene Engineers auch den Eindruck hatten, dass dann im Tiefbass-Bereich ein bisschen mehr geboten ist. Ich würde sagen, der Bereich der Mitten verläuft dann relativ gleichmäßig bis zwischen etwa 400 und 1 Kilohertz. Da erkennt man, dass hier beim LCD-2 ein bisschen mehr Energie vorhanden ist. Und dann kommen wir so in die Hochmitten und Präsenzen. Und da gab es ja auch die ein oder andere Aussage, dass der LCD-2 da vielleicht ein bisschen weniger Energie aufweist. Und ich würde sagen, das kann man anhand dieser Messung durchaus auch feststellen. Und während der LCD-2 dann so ein bisschen von der Energie her nachlässt, sieht man, dass der HD 650 hier noch relativ konstant eigentlich seine gleichmäßige Kurve weiter verfolgt. Und auch in dem Fall lässt sich eigentlich erkennen, dass in den Höhen die Messung nicht mehr ganz optimal funktioniert, aber relativ ähnlich auch ist. Jetzt fehlt nur noch ein Kopfhörer, und zwar der NDH 20 von Neumann. Zur besseren Übersicht werde ich jetzt einmal die Frequenzkurven des Adam Audio und Sennheiser Headphones deaktivieren und wir konzentrieren uns auf die Messung des Odyssey LCD-2 und des Neumann NDH 20. Man erkennt, dass der Neumann Kopfhörer die deutlich lauteren Bässe liefert. Das ist auch das, was wir beim Testhören feststellen konnten. Rein optisch durchaus aber auf eine ausgewogene Art und Weise. Dafür zeigt sich im Bereich der Mitten, dass der Odyssey ein bisschen linearer auch gegenüber den oberen Höhen besser bleibt, während der NDH 20 hier ein bisschen mehr Energie aufweist. Interessant ist, dass beide die Tendenz aufweisen, ab etwa 1 kHz abzunehmen im Frequenzgang und man sieht dann wiederum, dass in den Präsenzen der NDH 20 deutlich stärker ausgeprägt ist. Die oberen Höhen lassen sich auch in dem Fall, wie gesagt, schwierig einordnen, aber sieht danach aus, als wären dort beide Headphones eigentlich relativ ordentlich. Bei einem Blick auf die Gesamtübersicht zeigt sich durchaus, dass der SP5 so ein klein wenig aus der Reihe tanzt und mit leiseren Bässen und insgesamt lauteren Mitten und Höhen entspricht das durchaus auch dem, was wir beim Hören eigentlich durch die Bank weg alle festgestellt haben, während die anderen Kopfhörer insgesamt einen sehr guten Eindruck machen, durchaus auch ihre Eigenheiten aufweisen, mit kleinen Abweichungen und Unterschieden, aber manchmal ist das ja auch dann eben der Charakter, den ein Kopfhörer dann ausmacht und der Punkt, an dem sie so ein bisschen auch die Meinungen dann teilen. Der eine findet ihn vielleicht besser, während er für den anderen weniger funktioniert. Alles in allem hoffe ich, dass euch der Vergleich gefallen hat und ihr bei der Wahl eures Kopfhörers unter Umständen auch ein bisschen Unterstützung gefunden habt. Unserer Meinung nach muss man sich mit Kopfhörern nicht verstecken, gerade im Bereich des Mixing und Mastering lässt sich damit durchaus sehr, sehr gut arbeiten und bietet eine klasse Alternative. Auch wir empfehlen immer eine Arbeitsweise und wenn es nur zum Kontrollhören ist, mit Kopfhörern im Bereich unserer Fernkurse. Und solltest du dich für weitere Videos interessieren, die dir helfen im Bereich von Tontechnik und Musikproduktion weiterzukommen, dann informiere dich doch mal über unser Fernkursangebot auf hofer-college.de.